Können wir anfangen? Nicht, bevor alle Partner hier sind. Partner? Wieso ist diese Botschaft aus Mexiko so wichtig, dass Sie uns alle hierher zitieren? Weil das Nabarro-Kartell den Hinweis bekommen hat, dass Sie darlegen, dass Sie wieder in die Heroinproduktion einsteigen wollen. Und die haben uns angewiesen, Sie dringend dafür zu warnen, es zu tun. Wir sind nur die Überbringer. Sie zwei sind VIPs. Sie machen Ihren Einfluss geltend, damit ich aussteigen kann. Erlöse mich von der Bedrohung durch Haft und Attentate und werde mich völlig frei in den Vereinigten Staaten bewegen können. Omana Barrow will einen Deal mit dem FBI. Was würde es kosten? Mehr als der freiwillige Deal. Tun Sie es und ich werde Sie von allen Pflichten entbinden. Entweder Sie beschützen meine Familie oder ich schütze Ihre nicht. Du weißt, dass Sie verrückt sind. Das wäre, wenn du das Waschen übernimmst. Wir sind Geldwaschen mit 14. Willst du etwa noch stolz auf ihn sein? Die größte Gefahr ist immer die von En-Martin. Vergessen Sie das nicht. In Deckung! In Deckung! Ruth. Die werden euch umbringen. Als würde dich das kratzen. in Deckung! �